Man beachte, wie die Landschaft vorbeifliegt. Jetzt könnte es ja vorbeimachen. Yeah! Aber immerhin, der Ausblick ist genial. Dann laufen wir. Der verweckt doch hier gleich. Der übt sich mal fürs Wochenende. Er ist in San Paolo dran. Der kann auch nicht viel schneller. Wenn es noch eine Spur geben würde, wäre er gleich auch noch vorbeigefahren. Das ist glaube ich kein Busfahrer, der das ist. Du meinst, Lukey hat sich so ein Zickel Klamotten angezogen? War das denn? Ich habe genießt. Machen wir das? Ja. Wie soll ich immer niesen haben? Tschüss. Tschüss. Soll ich mich an meinem Video spielen? Tschüss. Tschüss. Es ist egal, wo man hinkommt. Man muss es erstmal überall erklären. Ich niese so. Ich kann es nicht anders. Das schafft er nicht. Aber dann darf nichts mehr kommen. Wollen wir noch mal 5 Peso drauf wetten, oder? Ich habe dich schon gefragt, unten saß ja noch ein zweiter. Vielleicht macht er mit dem Fahrstuhl oder so. Ja, dann würde er auch mehr Gas geben bei der Fahrstuhl. Ich habe mich auch nicht mehr sehen. Ich habe mich schon gar nicht, und dann muss ich es noch einmal nachdenken. Ich habe mich schon gar nicht mehr Gas geben.